Welchen Effekt haben Selfies auf die Entscheidung zur Nasenkorrektur? In den Medien liest man sehr viel über den sogenannten Selfie-Effekt. Und es gibt tatsächlich Zahlen, die eben belegen, dass seitdem so viele Selfies geschossen werden, also im Zuge der Entwicklung von Social Media vor allem, ist die Nachfrage nach plastischen Eingriffen vor allem an der Nase stark gestiegen. Ja, und woran liegt es? Es hat sicherlich zwei Gründe. Das eine ist, man schießt eben sehr viele Fotos von sich, betrachtet sich also ständig, vergleicht sich auch auf Social Media ständig und ist also mit dem Thema sehr stark fokussiert, eben vor allem aufs Gesicht und dann eventuell dadurch umso mehr auf die Nase. Das zweite ist aber, und das ist ein ganz wichtiger Effekt, diese Selfies mit den Handykameras verzerren das Gesicht und stellen es nicht so dar, wie es wirklich ist. Wenn man also ein typisches Selfie schießt, kann die Nase durchaus um 30 Prozent größer erscheinen, als sie wirklich ist. Und das ist natürlich verstörend. Und wenn man ohnehin schon mit dem Thema beschäftigt ist und fokussiert ist, fokussiert man sich dadurch natürlich umso mehr und empfindet die Nase eventuell als viel störender, als sie ist. Umgekehrt, auch nach der Operation, bekomme ich oft Selfies geschickt von Patienten und sagen, gucken Sie mal hier, meine Nase, ich mache mir Sorgen, die sieht so und so aus. Und wenn man dann aber zurückschreibt und sagt, jetzt schicken Sie mir nochmal ein Foto, was aus 1,5 Metern oder mehr geschossen wurde, dann merkt man plötzlich, alles ist normal. Und das war eben verzerrt durch diesen Selfie-Effekt. Deshalb ist es also wichtig, wenn man seine Nase beurteilen möchte für sich selbst vor der Operation, durchaus aber auch nach einer Operation, dann sollte man, wenn man das auf Fotos tut, immer aus mindestens 1,5 Meter Abstand tun, weil man sich selbst sonst keinen Gefallen tut und die Nase anders dargestellt ist, als sie in Wirklichkeit erscheint. Ich hoffe, ich konnte es anschaulich erklären und plausibel machen, dass Selfies keine geeignete Methode sind, seine Nase zu beurteilen. Vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt. Ja, cool, dass ihr unsere Videos schaut. Gebt bitte auch Resonanz, lasst also ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar oder auch eine Frage unten rein. Uns macht es Spaß, das zu beantworten, mit euch zu kommunizieren und abonniert bitte auch unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.